Willkommen auf Moonshade, der Stadt der Magier auf der Schlangeninsel. Oha, da ist ein Roboter. Kann man mit dir sprechen? Halt! Ich bin der Diener und Beschützer von Gustaccio. Wenn ihr nicht hierher gehört, mein Lord, muss ich euch bitten zu gehen. Ich kann euch bei Dingen von Belang nicht helfen. Meine Pflicht ist es nur, meinen Herren und sein Eigentum zu schützen. Wie gesagt, ich diene und beschütze den Haushalt meines Herrn. Gut, danke. Ah, paar Stoffe. Ach, Gustaccio schläft. Gut. Dann werden wir rausgehen. Jaja, ich bin ja schon weg. Mann, 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 Mann. Nein, äh, hallo, komm, du gehst jetzt mal schnell nach Hause, ja? Und ich gucke mir mal die Stadt an. Aha. Jetzt die Rezeption. Ich bin der Diener und Besch... Ist ja genau dasselbe. Das müssen wir ja so ein Roboter sein. Ich bin der Diener und Beschützer vom Seminarium. Wenn ihr mich nicht hierher gehört, mein Lord, muss ich euch bitten zu gehen. Ich kann euch bei Dingen von Belang nicht helfen. Meine Pflicht ist es nur, meinen Herr und sein Eigentum zu schützen. Dann, piep. Gut, dann lebt wohl. Weitergehen. So, wo ist denn der Chef hier? Da. Du bist bestimmt der Chef. Ihr müsst ein Suchender des Wissens sein. Ich bin der Magier Federbiblio. Und ich diene als Magister von Moonshade. Alles klar. Oh, Zauberbuch, Zauberbuch. Ja, sofort. Bringt mir drei frische Allrauenwurzeln. Und ich werde euch ein Zauberbuch geben. Die Wurzeln findet man auf der Mönchsinsel. Und wie komme ich da hin? Ohne die Allrauenwurzeln kann ich nichts für euch tun. Geht zur Mönchsinsel und kehrt mit frischen Wurzeln der Allrauen zurück. Alles klar, das werde ich machen, mein Freund. Ha, wir kriegen ein Zauberbuch. Magister. Ihr wisst nicht, was für Aufgaben ein Magister hat? Der Magister ist der Leiter des Seminariums. Es ist die einzige Schule für Magier im ganzen Land. Eine meiner Aufgaben ist es, begabte Kinder für diese Schule zu finden. Wenn sie gefunden sind, bringe ich sie in die Schule. Ich wurde zum Magister auf Lebenszeit an Land. Alles klar. Und das Seminarium ist? Das Seminarium ist einzigartig im ganzen Land. Denn es steht allen Magiern offen, die hier unsere Aufzeichnungen zu den Themen Zauberspruchforschung oder magische Aktivitäten recherchieren wollen. Alle Magier können hier in Ruhe studieren, da sie wissen, dass dieser Ort ein Zufluchtsort vor Gewalt ist. Auch durchziehende Magier machen, also auch durchziehende Reisende machen hier Halt, um Zugang zu unserer Bibliothek zu erhalten. Reisende, lass mich raten, battlen. Aber zuerst fangen wir mal nach den Kindern. Ein junger, nicht ausgebildeter Magier kann sehr gefährlich sein. Deshalb müssen diese Kinder zum Seminarium gebracht werden. Zu ihrer eigenen, aber auch unserer aller Sicherheit. Nehmen zum Beispiel den jungen Frehli. Sein Vater war Kaufmann. Was könnte ein Kaufmann seinem Sohn über magische Kräfte beibringen? Mich um meine Schüler zu kümmern, ist eine anstrengende, aber erfüllende Aufgabe. Der junge Frehli hat großes Potenzial. Und Andrio ist fast bereit für den Abschluss. Alles klar, Frehli. Ich muss zugeben, dass Frehli mein Lieblingsschüler ist. Er ist sehr brillant. Aber das weiß er leider auch. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er einfach klüger ist, als es ihm gut tut. Aha. Und Andrio? Andrio hat eine Menge jugendlichen Enthusiasmus. Und das finde ich auch höchst erfrischend. Aber ich wünschte, er würde bei seinen Experimenten etwas mehr Vorsicht walten lassen. Und deine Reisenden, Bartlen natürlich. Ihr seid nicht die Ersten, die sich von unseren Einrichtungen angezogen fühlen. Gerade aus den vergangenen Wochen und Monaten sind mir zwei Besucher besonders in Erinnerung geblieben. Zuerst war da die Gelehrte. Gwenho, ja, super. Wir konnten ihr nicht helfen, da ihr Interesse vor allem historischen Themen galt. Ich schlug vor, dass sie die Bibliothek auf der Mönchsinsel aufsucht. Weniger angenehm war der Besuch des Magiers Bartlen. Er schien sich vor allem für die alten Bewohner dieses Landes, die Ophidianer, zu interessieren. Tatsächlich kann man ohne Übertreibung sagen, dass er davon wie besessen war. Aha, euer Verstand ist wieder auf der Suche. Worüber wollen wir jetzt sprechen? Moonshade. Da ihr ein Besucher seid, werde ich euch ein paar Dinge erklären. Moonshade ist eine Stadt von Magiern und für Magier. Sie wird von den Adepten regiert und von den niederen Magiern bewirtschaftet. Es gibt eine Unterschicht, die Gewöhnlichen. Davon sind einige jedoch sehr talentierte Kunsthandwerker. Aha, die Gewöhnlichen. Diese armen Seelen leben in einer dunklen kleinen Welt, in der Magie nur eine weitere mächtige Naturkraft ist, die sie beeinflusst und an diese sie verzweifelt anzupassen oder zu widerstehen versuchen. Die meisten der hier geborenen Gewöhnlichen gehen schließlich weg. Sie lassen sich in Vorn oder Monitor nieder. Und das ist besser für sie. Alles klar. Das sind Gewöhnliche, die eine gewisse magische Ausbildung absolviert haben. Obwohl sie ein paar Zauber kennen, konnten sie kein Adapten werden. Die meisten werden Waldläufer oder verdingen sich als Kräuterkundler. Okay, und Kunsthandwerker? Das sind im Grunde genommen Gewöhnliche, die über eine Fähigkeit verfügen, die in der Gesellschaft der Magier geschätzt wird. Künstler, Schriftsteller, Musiker, Metallschmiede. So was in der Art. Haha, wir sind aber nicht ein bisschen arrogant, nicht wahr, Herr Magier? Und die Adepten. Die Adepten sind die mächtigsten Zauberer der Stadt. Drei von ihnen bilden den Rat der Magier, der die Stadt regiert. Einer der Adepten dient als Magierfürst. Zur Zeit regiert Filberico als Herr von Moonshade. Die anderen beiden Adepten im Rat sind Gustacchio, der grüne Magier, und die rote Hexe Rotoluncia. Ist jetzt Spanisch? Rotoluncia? Gustazio? Oder Gustaccio? Nee, wie italienisch? Gustacchio? Filberico? Weiß ich gar nicht. Ah nee, Filbercio. Für Bercio. Ja, könnte man Spanisch aussprechen. Er kommt aus einer langen Reihe von Magiern. Filbercio genießt hohes Ansehen und gilt als kluger Stadtverwalter. Aber privat heißt es, er sei ein wenig ein Frauenheld. Aha, Frauenheld. Wenn Filbercio einen Fehler hat, dann den, dass er durch ein hübsches Gesicht schnell abgelenkt werden kann. Es ist kein Problem, wenn dies das Gesicht einer Frau ist, die ebenfalls in Magie mächtig ist. Genau, lass ich nicht mit Gewöhnlichen ein. Das Problem ist nur, dass es ihn nicht abhält, der Dame Avancen zu machen, auch wenn diese bereits mit einem anderen verlobt ist. Oh, ich hoffe, ich habe nicht zu viel gesagt. Okay, und Politik? Wenn es um Magie geht in dieser Stadt, nee, wenn es um Magie in dieser Stadt geht, ist es immer politisch. Und wenn es um Politik geht, ist für Bercio der Meister des Spiels. Ich wage sogar zu behaupten, dass man mit ihm selbst dann rechnen müsste, wenn seine rein magischen Fähigkeiten allein nicht ausreichen würden, um ihn zum Magier Fürsten von Moonshade zu machen. Gut, ich danke. Denkt immer daran, Wissen ist Macht. Und Nichtwissen macht auch nichts. Jetzt kommt Rotoluncia. Vertraut mir, das ist keine Frau, mit der ihr euch anlegen wollt. Sions. Äh, ich glaube, da fehlt was. Aber gut. Sion. Gustazio. Er ist für Bercios größter Rivale um die Position des Magierfürsten. Gustazio ist sehr fleißig und gewissenhaft in seinen Studien und Praktiken der magischen Kunst. Er ist ein angesehener Bürger, obwohl es einige gibt, die ihn nicht mögen. Er hat eine sehr ernsthafte Persönlichkeit. Gustazio hat sich in seinen Studien über das Phänomen der Teleportstürme gestürzt. Es ist zu seiner Obsession geworden. Sehr gut, dann müssen wir mal mit ihm reden. Ah, euer Verstand ist wieder auf der Suche. Worüber wollen wir jetzt sprechen? Tschüss. So. Nein, nicht Dieb-Dieb. Ich Dieb-Dieb-Dieb. Gleich eine. Kleiner Junge. Seid ihr der große Held aus einem fernen Land? Oh, mein Name ist Frehli. Ich freue mich, euch zu treffen. Der sieht aus wie der eine Hobbit, wa? Ein Held? Ich weiß, dass ihr in vielen kühlen Unternehmen beteiligt wart. Ich will unbedingt alles hören. Das Leben hier ist so trist. Ich habe nichts anderes als mein Studium der Magie, das mich interessiert. Alles klar. Fernes Land. Ich habe gehört, dass ihr eine lange Reise auf euch genommen habt, um hierher zu kommen. Wenn ihr die Zeit habt, würde ich gerne Geschichten über eure Heimat hören. Okay, und das ist so trist hier? Hier in Moonshade passiert nie etwas, zumindest nichts, was mit eurem faszinierenden Unternehmung mithalten könnte. Ich würde wetten, dass nicht einmal viel Bärstier so viel gesehen hat wie ihr. Das stimmt. Und dein Studium? Nun, ich liebe die Magie und so, aber es dauert einfach zu lange. Ich lerne seit Jahren und man sollte eigentlich annehmen, dass ich mittlerweile zu den Meistern gehöre. Ich glaube, dass es einfach nicht gerecht zugeht. Dieser Reisende zum Beispiel brauchte keine Unterweisung. Er bezahlte Touristio einfach und war wieder weg. Ein Reisender? Ich hatte keine Gelegenheit, ihn zu treffen, aber diejenigen, die ihn kennengelernt hatten, nannten ihn Butlin. Er war nicht lange hier und ging in Eile, aber ich hörte, dass er Zaubersprüche von Touristio gekauft hat. Alles klar. Und Touristio ist? Ich habe gehört, dass Touristio ziemlich gemein sein kann. André hat jedenfalls Angst vor ihm. Das weiß ich sicher. Hab ich nicht. Hast du wohl. Das ist eine Lüge. Und außerdem hast du auch Angst vor ihm. Das ist, äh, überhaupt nicht wahr. André würde vor neun, was, würde vor neun Uhr morgens nicht einmal sein Haus passieren. Alles klar, neun Uhr? Dann verlässt er sein Laboratorium, um in die Stadt zu gehen. Alles klar. Neun Uhr wird geborgt. Und für Berthio? Der Magierfürst? Er ist der Größte aller Zauberer. Das habe ich zumindest gehört. Er regiert mit freundlicher, aber strenger Hand. Natürlich würde ich nicht auf seine Freundschaft vertrauen, wenn man mich mit seiner Geliebten sehen würde. Geliebte? Es ist nur ein Gerücht, mein Lord, aber man sagt, dass er bis in die Nacht in einer häufigen Begleitung von Frigidazzi, der Herr in der Kälte, gesehen wird. Aha, Frigidazzi. Magie. Ich will nicht unverschämt erscheinen, mein Lord. Ich finde es ein sehr faszinierendes Thema. Ich könnte Tage damit verbringen, brillante Lichtblitze zu erzeugen, Steine mit meinen Gedanken zu bewegen und Tiere aus dem Nichts herbeizurufen. Es sind die Arkanen-Künste, denen mein Interesse jeden Tag aufs Neue gilt. Ich würde nur gerne einfach schon weiter mit meinem Studium sein. Und Moonshade? Es wurde schon vor Jahrhunderten gegründet, mein Lord. Die Legende besagt, dass der Tollmagier selbst von einem weit entfernten Ort hierher gekommen ist und das Land in Besitz genommen hat. Ein Tollmagier? Sein wahrer Name ist Erstem. Er wird der verrückte Magier genannt, weil er vor vielen Jahren wie ein Verrückter aus der Stadt geflohen ist, um unsere Zivilisation zu verlassen. Niemand weiß wirklich, warum er gegangen ist, aber einige, die dabei waren, behaupten, er habe vage Andeutungen wegen des kleinkarierten Gezecks der Städter gemacht. Alles klar? Und du bist jetzt hier der... Hallo, ich bin Andrio. Ich habe noch niemals Nicht-Eingeweihte getroffen. Bitte erzählt mir alles über eure Reisen und Abenteuer. Oh ja, bitte. Ich fürchte sehr von eurem... Was? Ich würde sehr gerne von euren spannenden Abenteuern hören. Während meines Magiestudiums habe ich kaum Zeit, eigene Expeditionen zu planen. Nun, es ist mir unangenehm zuzugeben, dass ich nur wenig von dem Land gesehen habe. Im Gegensatz zu euch bin ich kein erfahrener Reisender. Es gibt so wenig, was ich über meine Umgebung weiß, außer wie ich sie mit Magie manipulieren kann. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, täglich mit Gefahren konfrontiert zu werden. Jedenfalls keine so großen und tödlichen wie diejenigen, denen ihr Tag für Tag gegenüber steht. Im Vergleich dazu ist mein Leben von Langeweile erfüllt. Und wie sieht die Langeweile aus? Gestern sah ich Torricio, als er wie immer um 9 Uhr sein Haus verließ. Gleich vor der Tür stieß mit einer Lebens... Was? Gleich vor der Tür stieß er mit einer Lebensmittelverkäuferin zusammen. Ich war mir sicher, dass Torricio sie in einen Frosch oder dergleichen verwandeln würde. Aber stattdessen hat er sie lediglich Rüdebilder gleidigt. Torricio ist nicht sehr freundlich. Ich habe gehört, dass er vielen Dingen und Menschen gegenüber einen tiefen Gräuel hegt und Verfehlungen oftmals nicht verzeiht. Ich hoffe, dass ich ihn nie verärgern werde, denn ich könnte seine Anfeindungen nicht lange ertragen. Auch ihr solltet vorsichtig sein. Denn wenn ihr jemals seine Hilfe braucht, so betet, dass er gut auf euch zu sprechen ist. Denn sonst habt ihr nichts von ihm zu erwarten. Er ist ein sehr versierter Magier, der die Kräfte der Lebensmagie beherrscht. Eines Tages, wenn ich weniger Angst vor seiner rauen Art habe, plane ich, ihn um seine Hilfe bei meinem Fleisch zu Holz Verwandlungszauber zu bitten. Aber mir wurde gesagt, dass er schon einmal etwas Ähnliches mit Stein gemacht hat. Okay, Fleisch zu Holz Ja, mein Lord, dieser Zauber wird die Haut eines Kriegers verändern und sie so hart wie Holz machen. Auf diese Weise benötigt ein Kämpfer weniger Rüstung, um Treffern zu trotzen. Mein größtes Hindernis ist im Moment, wie man dem Kämpfer erlaubt, sich zu bewegen, sobald sein Fleisch sich zu Holz verfestigt hat. Frelie erforscht einen Zauber ähnlich wie meinen, aber mit Steinen anstelle von Holz. Die Gäste des Blauen Ebers schlugen vor, dass wir Torricio wegen der Umwandlung solche Dinge ansprechen, denn sein Arcana-Fokus liegt auf der Lebensmagie, welche auch die Umgestaltung von Fleisch und andere Materialien beinhaltet. Ich arbeite daran, ein großer Magier zu werden. Eines Tages hoffe ich, dass ich so großartig sein werde wie meist für Berthio. Natürlich weiß ich, dass eine solche Expertise einige Zeit in Anspruch nehmen wird, aber ich habe die erforderliche Disziplin. Fragt Frelie, wenn ihr mir nicht glaubt. Er wird euch sagen, dass das stimmt. Gut, dann würde ich erst mal sagen, ja, Verzeihung, mein Lord. Ich überbringe euch Grüße von meiner Herren, der Zauberin Rotoluncia. Diese Schriftrolle ist von ihr. Aha, Rotoluncia. Meine Herren, ach so, richtig, das war ja der Roboter. Meine Herren verfügt über eine Reihe mächtiger und mysteriöser Zaubersprüche und sitzt im Rat der Magier. Sie ist erbarmungslos ihren Feinden gegenüber, aber nachsichtig mit denen, die ihr helfen. Gut, und die Schriftrolle? Es ist keine gewöhnliche Schriftrolle, sondern eine von magischer Natur. Ich kann euch jedoch versichern, dass sie völlig frei ist von gefährlicher oder schädigender Magie. Bip. Die Magier von Moonshades sind ziemlich mächtig und haben den Weg gefunden, Diener wie mich für ihre Zwecke einzusetzen. Meine Herren sagt, dass Automatoren vertrauenswürdiger sind, da wir weder korrumpiert noch gefoltert werden können. Danke. Vergesst die Schriftrollen nicht. Wir haben eine Schriftrolle bekommen. Hey. So, welche Schriftrolle waren das? Ja, gut. Und wo hast du die Schriftrolle jetzt hingeschmissen? Ich liebe euch, Vater. Das war die von Cantra. Seid gegrüßt. Alles deutet darauf hin, dass euch die Aufgabe, warten zu finden, all eure... Ach so, das war ja der Anfangsspruch von Nordbritisch, genau. Ich habe euch bezahlt, sehr gut bezahlt. Falsche Schriftrolle. Die Liste der Dinge, die der Sturm gebracht hat? Leute, wo ist die Schriftrolle? Die hatten wir schon. Hier ist keine mehr. Hat einer von euch die Schriftrolle auf den Boden gelegt? Nein. Hat sie eine von euch bekommen? Da ist die Schriftrolle. Falsche Schriftrolle? Oh, was will jetzt die Musik von mir? Hat einer von euch die Schriftrolle? hier ist sie auch nicht. Das finde ich jetzt so unfair, dass ich mit einer Schriftrolle jetzt hier handeln muss. Die hatten wir bereits. Nö, ich habe keine Schriftrolle. Tut mir leid. Das ist auch nicht. Da unten ist auch einer. Nee, das ist die. Gut, es gibt keine Schriftrolle. Tut mir leid. Dann müssen wir mal zu Rotolunzia gehen. Was willst du denn von mir? Ja, gut, leb wohl. Tschüss. Geben, bleib mir aus der Sonne. So, hier hinten habe ich noch nicht geguckt. Der magische Kompass. Es wird erzählt, dies sei das legendäre Artefakt, welches Erstam, der Tollmagier, während seiner Reise zur Schlangeninsel geleitet hat. Um ihn zu benutzen, muss der Kompass auf dem Boden platziert werden und her nach das Mantra Ylag-Ort intoniert werden. Der Legende nach wird euch der Kompass den Weg weisen, wenn ihr denn würdig seid. Was mich betrifft, so habe ich es niemals geschafft, das verdammte Ding zum Laufen zu kriegen. Daher vermache ich es dem Seminarium. Für Berthi, der Magierfürst. Gut. Kontemplation über die Schönheit. Och nein, nicht Kylista, vergiss es. Tschüss. Was bist du hier? Der Kräuterkammer-Nachschlagewerk von Portos. Okay. Ah! Warte, 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 das ist es. Schwarzer Zaubertrank. Unsichtbar. Blauer Zaubertrank. Lässt sehen, der sie einnimmt in einen tiefen Schlafschlag. Orange. Weckt jemanden, der durch Magie auf. Lila. Mehrere Minuten magischen Schutz. Weiß. Dieser Trank sorgt für geringe Beleuchtung, einem Kerzenlicht ähnlich für wenige Minuten. Gelb. Wer diese kraftvolle Lösung einnimmt, dem wird Heilung. Warnung. Grüner Zaubertrank. Dieses Gebräu ist ein gefährliches Gift. Rot. Dieses famose Getränk wird die meisten Vergiftungen kurieren. Oh, das ist ein wertvolles Buch. Cool. Einschließlich durch Grün. Genau. Blau-Schwarz. Für eure Abenteuer in die gefrorenen Lande kann dieses weitem bekannte Gebräu anscheinend entscheidend sein, in diesem Klima überleben zu können. Vergewissert euch, dass es dort in ausreichender Menge mitzuführen, denn es verhindert euer frühes Ableben durch Erfrieren. Orangschimmernd. Speziell entwickelt für den vielbeschäftigten Zauberer, dessen Lebensstil es erfordert, viele Zaubersprüche in kurzer Zeit verwenden zu müssen. Sobald dieser köstliche Trank eingenommen wurde, wird ihr euch in die Lage versetzen, viele weitere Zauber zu wirken. Also Mana auffüllen. Blau-Weiß. Dieser Trank belegt den Konsumierenden mit einem Fluch, der seine Kampffähigkeiten einhebt. Das nächste Kapitel enthält Einzelheiten, wie man diese am besten zusammenbrauen kann. Oh, das muss ich mir aufschreiben. Hier, da ist der Orange. Da ist ein Blau-Weißer. Ah ne, das ist Blau-Weiß, das ist Blau. Cool. Ein tolles Buch. Meine Experimente. Okay, wenn ihr wisst, welcher ihr bekommt. der Weg, die Auswahl, ist jetzt blutgleich umzukehren. Ihr habt Angst vor dem Sterben. Genau. Der Kern der Sache ist, wenn ich es so sagen darf, dass die Begriffe hat, ein Geheimnis zu erfahren. Okay. Na gut. Also das hier ist das wichtigste Buch. Ups, Entschuldigung. Mein Notizbuch. Aha. Also ich war sehentlich auf dieser Welt an, landete errichte ich dieses hier lebende Primitiv, ein Tempel. Okay. Bragios Buch der Erstaunlichen Dinge. Zauberstäbe, ein Trio schrecklicher Waffen. Feuerstab. Blitzstab. Kennen wir schon? Zauberstab des Magiers. Okay. Flammenstab des Verderbens. Inbegriff der Zerstörung. Begrenzte Haltbarkeit. Okay, das wissen wir bereits. Glasschwert. Dieses Einwegschwert tötet fast jede Kreatur mit einem einzigen Schlag. Sind das aber leider für einen zweiten Gegner selten für einen zweiten Gegner nützlich. Kann jede Person an magischem Talent magische Waffen okay identifizieren. Berstpfeile. Ein Pfeil unzähliger Ziele. Der Pfeil ist wie ein herkömmlicher Pfeil zu handhaben. Zerspringt aber. Ein tausendtödliches Splitter. Giftdolch. Alles klar. Stein Harpje. Unnatürliche Bestie. Okay. Das hatten wir gerade. Konservenglas. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Ah. Das ist der magische Kompass. Mist. Mist. Okay, die muss ich später holen. Was ist das hier? Eine Flöte. Künstlermaterialien. Oh. Wir haben 266 Monetari, 700 Goldstücke, 300 Guldene, 400 Filari, 24 Goldklumpen, 37 Edelsteine, 5 Stücke Schmuck und 0 Goldbarren. Oh, den kann der Labe, den werde ich mir greifen. Schutzamulett, das will ich auch haben. Verlass diesen Ort. Ja, sieht so aus, als ob ich hier später wiederkommen muss. Ja, jetzt haben wir gerade mal ein Gebäude geschafft. Ich würde sagen, wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Komm, geh wieder nach Hause, mein Freund. Ich bin ja schon raus und ich habe nicht mal was geplündert. Halt, das ist das nächste Haus. Genau. Und da gehen wir, weil ich betrete diesen Ort erst. Und da gehen wir rein beim nächsten Mal. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag. Und see you later. Bis zum nächsten Mal.